Konstruktiv mit Problemen umgehen und persönlich wachsen. Rettungsprogramme für außergewöhnliche Problemlösungen. Dieses Informationscenter Erfolgs-Online besteht aus Büchern, Beratung, TV-Seminaren usw. Hier lernen Sie, jene Faktoren besser zu verstehen, die bei Ihnen zu Problemen führen. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie mit diesen Herausforderungen konstruktiv umgehen. Gemeinsam mit Wolfgang Rademacher entwickeln Sie Lösungen, die Sie in unterschiedlichsten Situationen Ihres Lebens anwenden können. Mit und ohne externe sogenannte Experten. Vertrauensvoll werden Sie Möglichkeiten kennenlernen, die Sie konstruktiv nutzen können. Bei Aufgaben in persönlichen, finanziellen, kaufmännischen, wirtschaftlichen, juristischen, rechtlichen, steuerlichen und internetbezogenen Aufgabenfeldern. Mit diesem neu gewonnenen Wissen werden Sie auf eine nie versiegende Quelle von Ausgeglichenheit, Wohlgefühl und Intuition zugreifen. Vielen Dank. Vielen Dank.